Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutscher und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg in Stein gemeißelt, in Blut geschrieben und diesen finden wir unter Erkunden und dann Battle for Azeroth. Wir müssen für den einmal vier Tafeln finden und zwar sind das, ja ist das die Geschichte der Bluttrolle in Form von Piktogrammen in Nazmir. Ja, und wo haben wir die schönen Dinger? Ich bin hier nämlich schon auf dem ersten Spot und hier haben wir nochmal die drei weiteren. Die möchte ich euch dann auch gleich mal ein bisschen näher zeigen, wo ihr genau hin müsst. Und jetzt hier den ersten Spot, wir sind etwa auf den Koordinaten 56, 57 und zwar hier unten in dieser Mulde quasi. Da sieht man auch die Raid Instance bzw. die 5er Instance hinter uns und dort haben wir ein Gebäude. Hier müssen wir etwa reinlaufen und dort, ja ist schon das erste. Das klicken wir einfach an und dann haben wir den ersten Fortschritt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir gleich mal weiter zu den nächsten. Dann sind wir hier am zweiten Spot und zwar hier oben bei den Koordinaten 51, 84. Und übrigens, falls ihr euch wundert, wie ich hier diese Punkte habe, das ist ein Addon und nennt sich TomTom. Und da habt ihr auch einmal in der Videobeschreibung die Koordinaten, wo ihr einfach, ja, euch die Marks quasi auch, wenn ihr das Addon habt, auf der Map setzen könnt. Wie gesagt, hier haben wir dann das zweite. Und zwar drücken wir das jetzt einfach mal an. Und jetzt müssten wir auch die nächste, ähm, die nächsten Geschichtsstrang hier quasi einmal abgebildet haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns die letzten beiden an. So, beim nächsten hatte ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer getan. Ich hatte es fast nicht gefunden. Wir sind nämlich jetzt hier in der Ruine und zwar bei 42, 57 hier unten. Und dort ist es hier an der Säule dran. Eigentlich ist es gar nicht so schwer zu sehen, aber ich habe jetzt hier bestimmt zehn Minuten rumgesucht, bis ich es gefunden hatte. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch zum letzten hoch. Ja, das letzte liegt hier einfach auch wieder an der Ruine dran. Wir sind oben bei den Koordinaten 43, 47. Quasi hier mal wieder bei einer Ruine quasi. Und dort liegt die letzte Schrifttafel. Und damit sind wir auch schon fertig. Es gibt wieder schöne fünf Punkte. Und ja, damit sind wir auch mit dem Video durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.